Hans Mayer Hans Mayer wurde 1907 in Köln geboren und studierte Rechtswissenschaft, Geschichte und Philosophie in Köln, Bonn und Berlin. Von 1935 bis 1945 war er in der Immigration in Frankreich und der Schweiz. 1946 wurde er Chefredaktor von Radio Frankfurt, 1948 Professor für Literaturgeschichte in Leipzig. 1965 bis 1973 lehrte er deutsche Literatur und Sprache in Hannover. Für sein literarisches Schaffen wurde Hans Mayer mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Seine wichtigsten Bücher sind Georg Büchner und seine Zeit, Aussenseiter und der Widerruf über Deutsche und Juden. Hans Mayer lebt heute in Tübingen. Herr Professor Mayer, in Ihren Erinnerungen ganz am Anfang unter dem Titel Ein Deutscher auf Widerruf steht der Satz, den Kaiser habe ich oft gesehen. Wie sehen Sie diesen jungen Hans über die ganze Strecke des Jahrhunderts, der da den Kaiser sieht? Ja, wie schreibt man Erinnerungen? Wer schreibt diese Erinnerungen, wenn man sie formuliert? 1979 habe ich mich ganz plötzlich entschlossen, mein Leben oder meine Erinnerungen aufzuschreiben. Ich war immer wieder gebeten worden, doch einen Text zu geben, über dieses sonderbare und schwierige Leben, das ich geführt habe. Ich wollte es nicht und dann, ich glaube, das gehört zu unserem Gespräch, war ich 1979 in Jerusalem als erster Gastprofessor der Hebräischen Universität für das neu gegründete Institut für deutsche Sprache und Literatur. Mein Freund Stefan Moses, ein Immigrantenkind in Berlin geboren, École Normale Supérieure, dann französischer, hervorragender Germanist und ein frommer Jude, war beauftragt worden, in Jerusalem dieses Institut zu gründen und da hat er mich dazu eingeladen. Auch der große Gerhard Scholem, der Freund Walter Benjamins, der berühmte Theologe, ja ein Ehrendoktor übrigens der Universität Zürich, hatte mich eingeladen. Und dort in Jerusalem hatte ich plötzlich den Eindruck, von Jerusalem her, nach Deutschland zurückschauend, das aufzuschreiben, was mein bisheriges Leben gewesen war. Man kann nun sagen, wie die Amerikaner es nennen, The Roots, die Wurzeln. Ich weiß es nicht. Ich machte mich an die Arbeit und schrieb diese ersten Kapitel, von denen sie eben den Satz über Kaiser William II. zitiert haben. Und um Ihre Frage zu beantworten, ich glaube, ich habe immer einen kleinen Mann neben meinem eigenen Bewusstsein gehabt. Einen kleinen Mann, ich formulierte es so, der ab und zu mich fragte, meinen Sie das wirklich? Oder, wenn ich sehr deprimiert war bei einer Niederlage, sagte der kleine Mann, das wollen wir doch mal sehen. Und ich glaube, es war der kleine Mann, der mich veranlasst hat, das zu machen. Und der kleine Mann zwang mich nun, mich von damals zu sehen. Es ist nicht das Kind von damals, sondern es ist der Mensch mit 72 Jahren, der zurückschaut in einem Kapitel des Buches, ein Deutscher auf Widerhof. Und das Kapitel hat die Überschrift, das erste, die Vögelein im Walde. Das war das Lied, mit dem die deutschen Soldaten in den Ersten Weltkrieg zogen. Die Vögelein im Walde, sie sangen, 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 so wunderschön, wunderschön. In der Heimat, in der Heimat, da gibt es ein Wiedersehen. Und den Kaiser sah ich dann 1916 in Bad Münster am Stein in Kreuznach, an der Nahe. Da war das Hauptquartier. Und da fuhren sie jeden Morgen an uns vorbei, die großen Heroen, Wilhelm II., Hindenburg und Ludendorff. Und ich habe ihn später auch noch mehrfach ein paar Mal gesehen. Sehr viel später habe ich dann auch seinen Enkel kennengelernt, den Prinzen Louis Ferdinand von Preußen, den Sohn des Kronprinzen. Wie ist denn das Gefühl, ich rede ganz vom Gefühl, zurückzublicken, ein ganzes Jahrhundert lang? Ist das eine Last? Ist das etwas, was Sie mit Wehmut erfüllt? Nein, nun kommt etwas hinzu. Ich wusste immer, dass ich ein sehr gutes Gedächtnis habe. Heute meine ich und eigentlich meine Freunde und Partner sagen, ich glaube schon, ich habe ein monströses Gedächtnis. Das heißt, um Ihre Frage zu beantworten, alles ist Gegenwart. Alles ist vollkommen präsent. Wenn ich diese Dinge nun beschreibe aus meiner Kindheit, dann sehe ich sie vor mir und in dem Augenblick, wo ich sie wieder sehe und fühle, von damals und von heute, bin ich auch dabei, sie zu formulieren. Das ist dann der andere Hans Mayer, nicht der kleine Mann. Der andere Hans Mayer, der ja nicht denken kann, ohne zu formulieren. Es war eine heitere Jugend. Nein, das war es ganz gewiss nicht. Es war eine... Wie komme ich zum Eindruck, wenn ich die Erinnerungen lese, dass es eine heitere Jugend gewesen sein könnte? Man muss da, glaube ich, sehr unterscheiden. Es ist eine Jugend, die keinen Mangel und keine Not und keinen Hunger gekannt hat. Im Ersten Weltkrieg haben wir gehungert, aber die Verwandten meiner Mutter, die aus Oldenburg stammt, die waren Landwirte und wir bekamen immer doch Pakete und konnten einigermaßen leben. Aber der Vater war fort, der Vater war im Krieg. Er hatte schlechte Augen, aber er war garnisonsverwendungsfähig und gelegentlich auch an der Front. Und mein Vater hat mich immer behütet, denn, und das sehe ich heute jetzt so, hinter dem glücklichen Ehe waren doch tiefe Spannungen zwischen dem sehr künstlerischen Vater, der sehr musikalisch war, der Freundschaft hatte mit den ganzen damaligen Malern, der Zeit von Max Ernst bis zu Otto Dix und anderen, darüber können wir nachher vielleicht noch reden, und meiner Mutter, die eigentlich wollte, dass ich, das Kind, doch einen guten bürgerlichen, jüdisch-bürgerlichen Beruf ergreifen solle. Also ich sollte Rechtsanwalt werden oder, wie man so schön sagt, ein tüchtiger Kaufmann und nichts dergleichen wollte ich. Und hier gibt es eine sonderbare Geschichte, die führt auch zurück, bitte um Entschuldigung, die führt auch zurück in unsere Anfänge. Nach dem Kriege, als der Vater zurückgekehrt war, waren wir im Schwarzwald in Freudenstadt und dort war in einem guten Hotel eine Unterhaltung ein Mann, der aus der Hand las. Wahrscheinlich ein Scharlatan, wie die Eltern meinten. Und ich ging auch hin. Der Mann erzählte den Leuten freundliche Dinge, indem er ihre Hand betrachtete. Und ich als 15-Jähriger ging auch hin, muss 1922 gewesen sein, und streckte ihm eine Pratze hin. Und es gibt etwas Sonderbares, ich weiß es heute noch genau, der Mann wird sehr ernst, schaut die Hand von diesem Bengel an und sagt mir dann leise, das ist eine sehr feine Hand, eine Künstlerhand, und du wirst sehr alt werden. Immerhin, das ist mir 1922 gesagt worden. Was hiermit bewiesen ist? Bitte? Was hiermit bewiesen ist? Ja, natürlich. Und auch Künstler. Ich hätte keine Ahnung gehabt, was das ist. Und ich bin dann im Laufe meines Lebens gewähltes Mitglied von vier Akademie in der Künstler geworden. Also irgendetwas muss daran gewesen sein. Glauben Sie inzwischen ans Handlesen? Ich glaube natürlich nicht an Handlesen, aber ich erzähle diese Geschichte, weil ich sie nicht beurteilen kann. Ich glaube schon, dass irgendeine wissenschaftliche Grundlagen da sind. Es gibt Lebenslinien und vieles andere. Ich bin abergläubisch in ganz kleinen Dingen. Aber ich bin über... Zum Beispiel? Ja, wie jeder Künstler. Nicht wahr? Vor einem dringenden Auftritt, da darf das nicht passieren und jenes nicht passieren. Und wenn es passiert, ist es sehr schlimm. Es ist nicht die schwarze Katze über den Weg. Aber es wäre ganz unsinnig, das leugnen zu wollen. Das gehört zu dem Künstler-Dasein, das ich geführt habe. Eigentlich Glauben in dem Sinne, Glauben ist nie meine Stärke gewesen. Ich war immer ein sehr rationaler Mensch. Sie sagen, dass Ihr Vater Verbindungen hatte, Beziehungen hatte zu grossen Künstlern. Sie nennen zum Beispiel Dix. Und Sie sind dann doch der Mutter gefolgt, die ein anständiges Studium wollte, also Jurist. Und sind aber dann in Ihren Jahren als Jus-Student auch wieder in Beziehung gekommen mit Künstlern, insbesondere aber auch mit Politikern in der Weimarer Republik. Was hat Sie denn am meisten geprägt in diesem Biotop, dass ja die Weimarer Republik auch kulturell war? Ja, zunächst in den ganzen Jahren der 20er Jahre meiner Jugend die Musik. Ich bin ja ein verhinderter Musiker. Ich hätte sehr gern Musik studiert. Ich konnte gut Klavier spielen. Ich habe zum Beispiel auch noch zu Beginn meiner Immigration in der Schweiz, also nach Ausbruch des Krieges, im Tessin gelebt. Und dort wurde ich dann dem großen Komponisten Wladimir Vogel vorgestellt, der dort lebte, der ja später dann auch Mitglied der Akademie der Künstler in West-Berlin wurde. Wir haben uns daran erinnert. Und ich erinnere mich, dass ich mit einem jungen Tenor damals vom Zürcher Opernhaus dem Wladimir Vogel aus einem Oratorium vom Blatt doch eine Arie begleitet hatte. Die Hände sind zu klein. Ich war auch zu faul, wirklich zu üben. Und ein Genie als Pianist wie der Daniel Barenboim war ich ganz sicher nicht. Aber ich wäre wahrscheinlich ein ganz guter Dirigent geworden. Kein Otto Klemperer. Der war ein großes, prägendes Ereignis für mich. Er war ja Opernkapellmeister in Köln damals. Von ihm habe ich unendlich viel gelernt. Ich habe schon als Gymnasiast bei Klemperer das Poème de l'Extase von Skriabin und die erste Kammer-Symphonie von Arnold Schönberg gehört. Das gehört zum Inventar meines Lebens in den 20er-Jahren. Dem ging alles andere voran. Die Musik und das Jurastudium wurde gemacht. Und mehr oder weniger schlecht gemacht. Aber ich habe dann schließlich doch die beiden Staatsprüfungen, die erste und dann die zweite, 1933 mit Prädikat voll befriedigend bestanden und wurde dann sofort natürlich als Jude 1933 entlassen. Roland Freisler, der spätere berüchtigte Präsident des Volksgerichtshofs, war damals preußischer Staatssekretär. Und die Urkunde, die mich aus dem Staatsdienst entfernte, trägt heute noch, wir haben sie immer noch da, den Namen von Roland Freisler. Aber später, als ich aus Leipzig zurückgekommen bin, habe ich einen Antrag auf Wiedergutmachung gestellt. Und das Düsseldorfer Oberlandesgerichtsrat hat meinen Fall überprüft und hat festgestellt, wenn Hans Mayer damals nicht in seiner Entwicklung gehindert worden wäre, wäre er, und nun schloss man von den Büchern des späteren Schriftstellers Hans Mayer, wäre er doch mindestens ein Oberlandesgerichtsrat geworden. Und so habe ich zu den vielen anderen Titeln und Ehren, die vielleicht gar keine sind, auch die Möglichkeit, mich Herr Oberlandesgerichtsrat zu nennen. Bleiben wir noch in dieser Weimarer Republik. Es war die erste deutsche Demokratie. Heute wissen wir, es war ein gescheiterter Versuch. Sie wurden dort politisiert. haben Sie damals geglaubt, dass diese Weimarer Republik gegen das totalitäre Rechte Lager verteidigt werden könnte? Ich bin nicht politisiert in einem Sinne, wie Sie es vielleicht meinen. Ich habe keiner wirklichen politischen Partei damals angehört. Ich habe ein bisschen mit der Sozialdemokratie geliebäugelt, aber mit großer Skepsis. Ich war Mitglied der sozialistischen Studentengruppe in Köln. Das ist richtig. Und wir haben damals sehr stark auch bedeutende sozialdemokratische Hochschullehrer zu Gast gehabt. Wir haben uns mit Theodor Lessing, dem Philosophen, auseinandergesetzt. Ich erinnere mich an ein sehr interessantes Referat, das der Soziologe Karl Mannheim, der ein Buch Ideologie und Utopie damals geschrieben hatte, herausgab. Er war bei uns in Köln. Und ich war ein bisschen Wortführer der sozialistischen Studenten. Aber wir hatten auch Beziehungen mit den Arbeitern in Köln, die ja immer mehr in dem Maße, wie die Millionenzahl der Arbeitslosen wuchs, dann immer radikaler und immer unzufriedener mit der Sozialdemokratie und der gesamten Politik der Weimarer Republik wurden. Aber politisiert wurde ich im Grunde nicht durch die Ereignisse, sondern durch das Lesen von Karl Marx. Und das ist sehr merkwürdig. Ich begann Karl Marx zu lesen, weil man mir empfohlen hatte, ein Buch zu lesen, das 1924 erschienen war und das ein Autor, der Mitglied der Kommunistischen Internationale war, selbst auf Druck von Moskau verleugnen musste. Das Buch hieß Geschichte und Klassenbewusstsein und stammte von dem ungarischen Soziologen und Literaturwissenschaftler Georg Lukacs. Das Buch hat mich zu Karl Marx gebracht und so würde ich sagen, da hat es zwei große Schlüsselerlebnisse für den Allesleser Hans Mayer gegeben. So wie nachdem ich Karl Marx gelesen hatte und weitgehend den jungen Karl Marx, die Schriften des jungen Hegelianers Marx, der mit Heine damals befreundet war, wie Karl Marx für mich prägend wurde für mein ganzes philosophisches und gesellschaftswissenschaftliches Denken, so war eine andere Lektüre, die mich damals geprägt hatte. Ich hatte den ganzen Klassiker Bände, die ganze Klassiker Bibliothek meiner Eltern ausgelesen, die waren alle schön gereiht, Meyers Klassiker in schönen Bänden, die waren dabei nicht ausgelassen worden, auch keine Klassiker, die gar keine waren, Franz und zwar Herr Gaudi oder Otto Ludwig, den man heute gar nicht mehr kennt, das habe ich alles gelesen und dann schenkte man mir zu einem Geburtstag, ich war wohl 14, 15, ein Band, der gerade erschienen war im Inselverlag, von jemandem, einem seit langem toten deutschen Dichter und als ich den las mit Stumpf und Stil las, da war alles andere gelesen überhaupt nicht vorhanden. Georg Büchner, also die Lektüre von Karl Marx und von Georg Büchner, das sind sicher bis heute prägende Erlebnisse gewesen. Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet, wäre diese Republik, denn heute spielt ja die Weimarer Republik im historischen Rückblick fast wieder eine aktualisierte Rolle, es war ja auch das Beispiel für ein Scheitern von Demokratie. Glauben Sie, dass die zu retten gewesen wäre? Das ist eine Frage, die mich und nicht mich allein heute mehr denn je beschäftigt, denn vieles von dem, was wir heute sehen, wirkt für Leute wie uns, die das alles erlebt haben, ja manchmal wie ein Remake, wie ein Wiederkommen und ein bösartiges Wiederkommen. Ich würde Folgendes sagen, wir haben dann später, ich, um das mal voranzustellen, mit einem Mann, den ich auch damals in den 20er Jahren in Köln kennenlernte, darüber nachgedacht, nach einem wechselvollen Leben von uns beiden. Der Name meines Partners ist wohl bekannt, ein bedeutender Name, das ist Mannes Sperber. Mannes Sperber, der Psychologe und Soziologe und bedeutende Schriftsteller, der auch Gast in dieser Sendung war, vor etwa 14 Jahren. Eben, ein Mann, den ich kennenlernte 1927, 28, er war zwei Jahre älter als ich, 1905 geboren, er kam nach Köln, Schüler von Alfred Adler, damals trug man ja die Schlagwörter Minderwertigkeitsgefühl, Organminderwertigkeit, kompensieren, überkompensieren und so weiter und Sperber hielt Vorträge dieser 22-Jährige, er war ein blendender Redner, damals, später nicht mehr und war bei der, um es mal spöttisch zu sagen, arischen wie nicht-arischen guten Gesellschaft in Köln sehr beliebt. Viele Jahrzehnte später hat er sehr gelacht, da saßen wir in Hannover zusammen, er war bei mir zu Gast und ich sagte ihm, wissen Sie Sperber, damals mit 20 Jahren habe ich Sie glühend gehasst und meine Mutter hatte mir immer wieder gesagt, schau dir den Herrn Sperber an, wie weit hat der erst gebracht und ich erwähne diese Anfänge, um zu zeigen und Sperber und ich habe nun, das war wohl in den 70er Jahren für den Norddeutschen Rundfunk fünf Sendungen gemacht zu dem Thema, von dem gerade jetzt die Rede ist, Hans Mayer, Mannes Sperber alphabetisch gesprochen, Gespräche über die Weimarer Republik. Wir hatten vier Partner, ein sehr guter Partner mit dem wir uns unterhielten, den Politologen, der in Paris lebt, Alfred Grosser aus Frankfurt, den Historiker Sebastian Hafner, dann den als Politiker, den damaligen Bürgermeister von Hamburg, Hans-Ulrich Klose, Vizepräsident des Bundestages sitzt, und der Schriftsteller Günther Grass. Und wenn ich diese Texte und Gespräche vergleiche, so war Sperber immer der Meinung, die Weimarer Republik musste nicht in dieser jämmerlichen Weise zugrunde gehen, während ich, und hier haben Sie nur meine Antwort, der Meinung war und bin, die Weimarer Republik war unrettbar verloren, alles stand bereit und alles wurde auch getan, um sie dahin zu bringen, wo sie zugrunde gegangen ist. Sie ging zugrunde, wie haben Sie diesen 30. Januar 1933 erlebt, die Machtübernahme durch die Nazis? Was ist das für eine ganz, ganz persönliche, konkrete Erinnerung? Darüber haben wir auch mal im Fernsehen gesprochen, wie erlebten wir den 30. Januar 1933. Der Sender Freies Berlin machte damals unter Leitung von Hans-Werner Richter, unserem späteren Chef der Gruppe 47, eine Reihe von Sendungen, wo Leute, die Zeitgenossen eines historischen Datums waren, zusammenkamen. Und das ist sehr schön, dass Sie danach fragen. Das war eine hochbesetzte Gruppe von Menschen, die saßen in Berlin zusammen. Wir haben wir den 30. Januar 1933 erlebt. Hans-Werner Richter selbst, ich glaube, das ist wichtig, wenn Sie die Namen hören, zu zeigen, wie hat man das damals erlebt. Hans-Werner Richter, ein Jahr jünger als ich, war ein junger Mann von der Insel Rügen, ganz arme Leute, die ausgesteuert wurden. Das Erlebnis des 30. Januar bestand darin, dass die Habe der Familie Richter in Berlin versteigert wurde, wegen Bankrott, des Wirtschafts, Bankrott des Vaters. Dann war da... An jenem Tag. An jenem Tag. Wir sprechen jetzt über das, was damals erzählt wurde. Dann war ein junges Mädchen von Richter eingeladen worden, ein Kind damals, eine interessante Frau, eine Journalistin, Frau von Hornstein, Geborene von Hornstein, adelige Familie, Berlin, Vermögensverwalter des Hauses Hohenzollern. Und sie erzählte bei den Fackelzügen am Abend, da haben die deutschen Nationalen die schwarz-weiß-roten und die braunen mit dem Hakenkreuz Parade abgehalten und dem kleinen Adelsmädchen sagte man, du darfst aber dein Geld nur in die Sammelbüchsen der schwarz-weiß-roten tun und nicht der braunen und mit dem Hakenkreuz. Man sah da, man muss da unterscheiden, man muss von dort aus gesehen und das führt ja unmittelbar zu der Katastrophe des 20. Juli 1944, wie diese Adelskreise dann versucht haben, das Unheil, das sie mit angerichtet hatten, durch ein Attentat zu beenden, was nicht gelang. Das ist diese Mentalität. Dann war da der Schriftsteller Hermann Kästen, der auch sehr alt geworden ist, Jahrgang 1900, damals einer der Avantgarde-Schriftsteller, ein sehr kühner Schriftsteller. Kästen erzählte, ich war im Kiepenheuer Verlag am 30. Januar in Berlin und herein kommt einer unserer Autoren, ein sehr pazifistischer Mann, ein linker Mann und plötzlich im Braunhemd, Eberhard Wolfgang Möller, der dann berüchteter Nazi-Schriftsteller wurde, mit Hitlergruß und allem Zubehör. Man war sehr verlegen und dachte, nun ja, das hält sich nicht. Dann saß dort unser Freund, der große Wolfgang Köppen, war damals Jahrgang 1906, der hatte den 30. Januar 1933 auf der Fahrt von München nach Berlin in die Redaktion des Berliner Börsenkuriers, eines Judenblatts, wie die Nazis sagten, das sich für Brecht einsetzte, wo Herbert Jering Theaterkritiker war, zurückgezogen. Verlegenes Lächeln, die Meinung im Allgemeinen, das wird sich nicht halten. Dann war da bei uns in der Runde Heinrich Böll. Und Heinrich Böll, Jahrgang 1917, der liegt mit Grippe im Januar 1933 und die Mutter kommt da rein, die tapfere Frau, die ja auch immer bei Böll in den Erzählungen vorkommt, und sagt, das ist der neue Kanzler und das bedeutet den Krieg. Und nun zum Schluss noch meine eigene Sache. Am 30. Januar ging ich, der nicht parteigebundene, zu einer Veranstaltung in der Rheinlandhalle, der großen Kongresshalle in Köln. Die kommunistische Partei hatte zu einer Gegendemonstration aufgerufen, während draußen überall die Fackelzüge durch die Stadt Köln zogen. Es waren nicht viele Leute da in dieser riesigen Halle, aber die treuen Linken waren doch da und ein Reichstagsabgeordneter war aus Berlin gekommen, ein Jude, Werner Hirsch. Ich höre ihn noch, wie er sagte, die sollen ruhig abwirtschaften und dann kommen wir, geballte Faust, Rotfront und so weiter. Er ist später totgeschlagen worden. Die haben da nicht abgewirtschaftet, das heißt bis 1945 nicht. Sie haben nicht abgewirtschaftet die Nazis bis 1945 nicht. Nein, natürlich nicht. Und Sie haben Ihre Emigration, Sie gingen in 1933 gleich weg, Sie haben Ihre Emigration nicht zuletzt in der Schweiz verlebt. Ich darf noch ergänzen, ich musste weg schon, ich habe dann mein Staatsexamen noch im Juli in Berlin im Kammergericht gemacht, die Richter waren sehr nobel, sehr anständig, ich habe noch mein Diplom bekommen, die Richter waren durchaus noch Leute aus der Weimarer Republik, aber die SA war bereits in meinem Elternhaus gewesen, in Köln-Ehrenfeld, sie hatten alles geplündert, sie hatten dann einige meiner Mitschüler und Freunde von der sozialistischen Studentengruppe geprügelt, gefoltert, um rauszubekommen, ich war ja eine Art Redelsführer, wo ich sei, die wussten es nicht, meine Eltern auch nicht, ich war in Berlin, ich bin in Berlin versteckt worden, ich habe als Illegaler die große juristische Staatsprüfung gemacht, wenn da die SA unterrichtet gewesen wäre, könnte ich heute dieses Gespräch mit ihnen nicht führen, aber es war klar, unmittelbar drauf musste ich weg, mein Vater organisierte alles, heimlich an einem Sonntagnachmittag bin ich von der Eifel, wo meine Großeltern väterlicherseits herstanden, ein bisschen zu einem Nachmittags Kaffee trinken, nach Belgien gegangen und bin dann zufälligerweise dort geblieben und weiter gefahren nach Straßburg später nach Paris. Darf ich aber Ihre Emigrationszeit vor allem diejenige in der Schweiz zum Thema machen? Paris war ja sehr wichtig, für uns Schweizer ist Hans Mayer in der Schweiz sehr wichtig. Sie haben diese Schweiz auf vielfältige Weise erlebt, sie waren in allen drei Regionen, auch in den großen Städten Genf und Zürich, also in den Sprachregionen, Welscher Schweiz, Tessin, Deutsche Schweiz, sie waren in Lagern, sie waren sogar in einem sehr berüchtigten Zuchthaus, wie man das lange Zeit nannte, nämlich in Witzwil. Wir, die Emigranten und Internierten waren mit den Zuchthäuslern zusammen. Wie erlebten Sie, gibt es einen Groll dieser Schweiz gegenüber, diesen doch zum Teil sehr unangenehmen Erlebnissen, die sie hatten? Ja, darüber ist ja sehr viel auch inzwischen in der Schweiz und in der Öffentlichkeit diskutiert worden, Namen wie der Dr. Rotmund, der Chef der Fremdenpolizei in Bern, der Erfinder des Judenstempels natürlich und einige andere waren da. Hier kam ja doch einiges zusammen. Man war damals 42 ja immer noch der Meinung in Bern, dass der Krieg von den Nazis gewonnen werden könnte. Die Schweiz war ja in einem sehr realen Sinne bedroht. Die Leute, die mir geholfen hatten, Emil Obrecht, Karl Burckert, auch Rappard und andere konnten nichts machen, verschärfte Gegenkontrolle und da waren wir nun zusammen, die internierten deutsche Kommunisten und deutsche Deserteure. Alle zusammen, auch Elsässer, auch Polen, die mit der Armee des Generals Anders über die Alpen in die Schweiz gekommen waren. Wir waren alle zusammen. Hier würde ich sagen, jetzt von dem Persönlichen mal abgesehen, eine Sache hat mich vor allem beschäftigt. Da waren wir und der war von der Ostfront gekommen und der erzählte uns von den Vernichtungslagern und ich habe es nicht geglaubt und die meisten anderen haben es auch nicht geglaubt, dass derartig möglich sein könnte. Witzwil war abscheulich, Witzwil war in jeder Weise abscheulich und die Dynastie damals verfolge ich nach wie vor, auch wenn sie jetzt unter der Erde sind, die damaligen immer noch mit einem brennenden Hass. Der Herr Doktor so und so hoch zu Pferde hinab schauen auf mich, der damals Mitte 30 war, also noch ein junger Mann, dem er höhnisch zusieht, wie er das Unkraut aus kratzen aus dem Boden. Ich habe damals einen Beschwerdenbrief über Witzwil geschrieben an den Dr. Max Riechner, den bedeutenden Literaturkritiker in Zürich, der damals Kulturredakteur der Tageszeitung Die Tat war. In Zürich, ich wusste gar nicht mehr von diesem Brief. Und nun, vor etwa 15 Jahren, machte Zürich eine Ausstellung Zürich als Exil statt. Also von der Zeit von Georg Büchner und Richard Wagner über den Ersten Weltkrieg mit Bloch und Benjamin bis eben zu dem Zweiten Weltkrieg. Und da lag nun, ich sollte in Hannover und in Berlin auf Wunsch des Schweizerischen Generalkonsuls diese Ausstellung eröffnen, in Hannover und in Berlin, was ich auch getan habe. und da lag nun plötzlich vor mir in der Vitrine ein Brief, den ich aus Witzwil an Riechner geschrieben hatte und in dem ich sehr offen und deutlich die Missstände und vor allem das Hungern beschrieb. Wir haben wirklich entsetzlich gehungert, wie die Zuchthäusler. Die Zuchthäusler belehrten uns ja demnächst, ist ja doch der erste August und da bekommen wir ein Stück Räs zum Abendessen und manche Langjährigen sagten ja und dann zu Weihnachten gibt es dann einmal Kaffee und Anken und Konfit. So war das, das waren Traumbilder. Hans Mayer, es gibt aber eine Stelle in Ihren Erinnerungen, wo Sie sich sehr positiv über die Schweiz im Moment ihrer größten Gefahr, nämlich als die Deutschen Frankreich besiegten und die Schweiz völlig umzimmelt war, äußern. Ja, genau das ist das Gegenstück. Ich habe hier über einzelne Missstände gesprochen, aber ich muss sagen, ich habe unendlich viel Hilfe von mir unbekannten einfachen Schweizern und auch bedeutenden Schweizern bekommen. Hans Barth, der damalige Feuilleton-Chef der Neuen Zürcher Zeitung, späterer Professor für Philosophie, sehr früh gestorben, an der Universität Zürich, André Rappard, Karl Burckhardt, bis zu seinem Tode ist die Verbindung mit meinem Lehrer Karl Burckhardt doch sehr herzlich und eng gewesen. Max Riechner ist der Mann gewesen, der mich an den Zug von Zürich nach Basel gebracht hat. Ich würde Folgendes sagen, ich darf das noch zu Ende führen. Einmal, wenn ich zurückdenke, sage ich, die Schweiz hat mir einfach das Leben gerettet und das ist zunächst mal etwas, was alles andere aufwiegt. Aber, man hat mir dann auch gesagt, siehst du das nicht im Nachhinein so positiv? Ich sage nein. Ich glaube, ich habe das besser gesehen als manche der Nachgeborenen. Es hat eine wirkliche demokratische Volksbewegung seit 1943 gegeben, für die Immigranten nicht, das Boot ist voll, sondern die Leute bleiben hier, solange wir etwas haben. Wie war denn die Stimmung 40 in der Öffentlichkeit? Wie haben Sie die erlebt? Es war ja ein Moment, wo der Schweiz sich entscheiden muss, der Anpassung oder Nichtanpassung. Ja, ich kann hier nur zwei Antworten geben. Genf war sehr zwiespältig. Natürlich, solange man in Genf und vor allem in die Oberstadt, die großen Familien, das Gefühl hatte, dass Frankreich doch siegen wird. Nach der Niederlage Frankreichs war auch dort ein tiefer Hass gegen Deutschland. in der alemannischen Schweiz, ja, die Reibelschwabe. Ein tiefer Hass, eine tiefe Ablehnung. Ich glaube nicht in der damaligen Schweiz, dass irgendeine, auch bei einer Eroberung, da schon gar nicht, die Schweiz in irgendeiner Weise hätte braun werden können. Das war es nicht. Aber diese Einzelheit will ich Ihnen auch da noch geben. Wer war denn das, der diesen Wandel bewirkt hat? Zunächst waren es die Schweizer Frauen. Die Schweizer Frauenvereine sagten, die bleiben bei uns, solange wir noch zu essen haben. Dann kamen die evangelischen Pastoren. Die haben außerordentlich tapfer und gut uns geholfen, in der Innerschweiz wohl weniger. Und dann kamen auch die Gewerkschaften und dann auch die Sozialdemokratie. Also ab 1944 würde ich sagen, war die allgemeine Meinung, das geht mit Denbach ab und man muss sich um die Leute kümmern, die hier bei uns sind. Und dann wurde ja eine sehr gute Kulturpolitik gemacht, plötzlich, nicht von der Fremdpolizei, aber von der Kulturabteilung. Ein Mann, Dr. Armin Siegrist und sein Freund, der Dr. Carlo Grassi, haben uns erlaubt, eine Zeitung herauszugeben über die Grenzen. Das war ja die erste Emigration. Sie sind immer emigriert, man kann das so sagen. Auf Abonnement. Ja, genau. Die zweite Emigration, Sie gingen dann in den westlichen Teil des zerstörten Deutschlands, aber sehr bald in die sowjetische Besatzungszone, eine spätere DDR. Warum diese Wahl, diese Emigration wieder, die Sie da vorgenommen haben und dann in Leipzig Professor wurden? Ja, diese Frage ist ja auch immer wieder gestellt worden und ich glaube von mir aus war da überhaupt gar keine Schwierigkeit. Ich war von den Amerikanern ja zurückgeholt worden. Ich wurde dann auf Vorschlag von Golo Mann, der mein Kontrolloffizier war. Golo kannte ich seit 1938 hier in Zürich. Ich hatte ihn kennengelernt bei Emil Obrecht am Hirschgraben und mit Golo hatte ich dann immer Verbindungen. Als Golo dann nach Frankreich ging zu den Tschechen, weil er ja Tscheche geworden war, habe ich mit Emil Obrecht den letzten Jahrgang der Thomas-Mannschen Zeitschrift Sinn und Form herausgegeben, wo auch eine Reihe von Beiträgen sind. Die Amerikaner hatten mich geholt. Nach zwei Jahren ging es nicht mehr, weil die amerikanische Politik jetzt den Kalten Krieg machte, den ich nicht bereit war mitzumachen. War für Sie die DDR eine Hoffnung? Soweit sind die noch gar nicht. Den Übergang in die Treppe musste ich erst raufsteigen. Ich hatte nun die Wahl, ich war dann erst an der Akademie der Arbeit in der Frankfurter Goethe Universität und bekam zwei Angebote auf einen Lehrstuhl. In der Technischen Hochschule Darmstadt ein Lehrstuhl für Kultursoziologie. Inzwischen war ja 1946 mein Buch über Georg Büchner und seine Zeit erschienen. Damit war ich ja auch ausgewiesen auch als Schriftsteller und künftiger Hochschullehrer. Das andere war mein Freund der große Romanist Werner Krauss. Der war nach dem Kriege aus der Zuchthauszelle, ursprünglich Hinrichtungszelle, befreit nach Marburg gekommen, als Professor für Romanische Sprachen und der nahm die Einladung auf den Lehrstuhl der Universität Leipzig an. Und wir waren in Marburg zusammen und er sagte, wir haben sehr früh schon du zueinander gesagt, er sagte, hör zu, geh doch nicht nach Darmstadt. Der Lehrstuhl, den ich sonst bekommen hätte, den hat dann später Eugen Kogan bekommen, der Herausgeber der Frankfurter Hefte, der aus Buchenwald befreit wurde, und geh doch nicht nach Darmstadt, komm mit nach Leipzig für vergleichende Literaturgeschichte und Gegenwartsliteratur. Ich habe auch dafür gesorgt, dass Ernst Bloch aus Amerika kommt zu uns und die Entscheidung war eine Entscheidung für die Gemeinschaft mit Bloch, mit Werner Krauss und anderen und damit komme ich zu ihrer Frage, ich war der Meinung als Sozialist, der ich immer gewesen bin, seit meinen frühen Studien, Marxist auch, in dem Sinne auch heute noch, hier ist die Möglichkeit eine alternative Kultur und Gesellschaft aufzubauen, was ja in der Tat auch der Fall war, und so bin ich 1947 zuerst nach Leipzig gekommen, ich war nie in Leipzig gewesen, die Leipziger Universität wollte mich berufen, wünschte aber die Habilitation. Die nahm meine, es war ja keine Möglichkeit Habilstiften zu drucken, sie nahm mein Buch Georg Büchner, das ein Jahr vorher erschienen war, als gültige Habilitationsleistung, sie verlangte kein Kolloquium, aber ich musste im Oktober 1947 dann fünf Vorlesungen halten über vergleichende Literatur, französische Kultur im 20. Jahrhundert und dann bekam ich die Berufung und die nahm ich dann an zum 1. Oktober 1948. Sie sind wieder emigriert und zwar in den frühen 60er Jahren nach dem Mauerbau. War für Sie da dieses Experiment des Aufbaus einer deutschen Alternative, einer nicht kapitalistischen Alternative gescheitert? Sie war gescheitert genau seit 1956. 50. Die ersten Jahre bin ich immer der Meinung gewesen, dass das, was wir alle dort machten, und wir haben doch eine ganze Menge gemacht, auch Dinge, die sehr gültig sind für die deutsche Kultur, bis heute, die Gründung des Berlin-Ensembles Brecht, die komische Oper Walter Felsensteins in Berlin, die die Grundlage des ganz modernen Musiktheaters geworden ist, Peter Hochholtz Zeitschrift Sinn und Form, unser Hörsaal 40 in Leipzig mit dem Historiker Markhoff mit Bloch, mit uns allen, das hat doch viele, viele bedeutende jüngere Menschen geprägt und die berufen sich auch weiter darauf. Heute glaube ich, dass Leute der mittleren Generation immer wieder formulieren, es hat in jenen Zeiten der Nachkriegszeit zwei große intellektuelle Erneuerungszentren, Alternativzentren gegeben, natürlich Horkheimer und Adorn, das Frankfurter Institut an der Frankfurter Universität und unser Hörsaal 40 in Leipzig, den Ulbricht dann ja in die Luft sprengen ließ. Also das glaube ich schon. Und insofern war bis 1956 meine Meinung, hier kann etwas ganz anderes aufgebaut werden, unter anderem an der Universität, die Tatsache, dass ganz neue gesellschaftliche Schichten, plebäische Schichten an die Universität kamen. Das war sehr rührend und ein großartiges Publikum, das wir hatten, das waren Arbeiterkinder, die verdienten gut in den Industrien der DDR, waren dann Parteimitglieder natürlich manche auch nicht. Und denen, wenn sie begabt waren, dazu gehörte auch ein Mann wie Uwe Jonsson oder eine Frau wie Christa Wolf, denen sagte man, ihr sollt studieren. Und so sind beide ja auch in unserem Hörsaal gewesen. Sie haben mal die DDR in ihren Anfängen, die sie jetzt beschreiben, bis 56 voller Hoffnung eine Republik der Schriftsteller genannt. Meine Frage geht dahin, was vermochten eigentlich Schriftsteller in diesem doch schrecklichen Jahrhundert, das sie durchlebt haben? Es ist ja ein Jahrhundert der Unterdrückung und der Vernichtung auch und dann ist es gleichzeitig auch ein Jahrhundert großer, kultureller und vor allem auch literarischer Leistungen. Was vermochten Schriftsteller? Hatten die Macht? Ich denke, nicht nur in der DDR, ganz grundsätzlich. Nein, Schriftsteller haben niemals Macht gehabt und ich würde sagen, das klingt jetzt ja glücklicherweise, das fehlte ja auch noch. Es hat ganz seltene Fälle gegeben, dass große Schriftsteller Macht gehabt haben. André Malraux hat es gehabt unter De Gaulle, Proche Semprun, hat es gehabt in Spanien. Es gibt einige solche Fällen, sind sehr selten. Ich muss sagen, ich war sehr glücklich nachträglich, dass ein Mann, den ich sehr mag, der ein Freund ist, wie Günter Grass, dass Günter Grass niemals Gelegenheit bekommen hat, ein politisches Amt oder Mandat auszuüben. Er hätte da wirklich nicht nützlich sein können. Gibt es eine Ohnmacht anders gefragt? Man könnte sagen, was haben Schriftsteller verhindert? Oder was haben Sie zumindest behindert? Immerhin war Brecht ein Staatsschriftsteller in der DDR. Ja, wir müssen sie unterscheiden. Hier müssen wir nur die beiden deutschen Staaten scharf gegeneinander halten. Ich habe sehr gut Adenauer gekannt, auch Schumacher. Ich habe mit Ihnen allen, in meinen Erinnerungen, schreibe ich es ja auch, Interviews geführt. Aber das Adenauer-Regime der ersten Jahrzehnte, kann man ruhig sagen, bis 68, 69, war ja ein vollkommen geistloses, quietistisches, auf nichts zu ändern, bestimmtes Regime. Adenauers Politik war die Weimarer Republik noch einmal aber ohne die Webfehler, die damals zum Untergang geführt hatten. Im Übrigen, ein guter Katholik findet ein Grauen vor dieser ganz modernen Literatur, vor der modernen Malerei, vor der modernen Musik und so weiter. Das kennen wir doch alles. In der DDR waren nun eine Reihe von Leuten, die zur Avantgarde der 20er Jahre gehört hatten. Viele, weil sie Juden waren, viele, weil sie Kommunisten oder Sozialisten waren, aus der Immigration zurückgekehrt, nicht in die Bundesrepublik, sondern in die Deutsche Demokratische Republik. Und da haben sie in der Tat vieles im kulturellen Leben bewirken können, eine neue Art des Studierens mit neuen Studenten und vielem anderen. Aber, um sofort Ihrer Frage, die ich ahne, zuvor zu kommen, bewirkt im Politischen für die DDR haben sie natürlich gar nichts. Auch mit ihrem Start der Schriftsteller, mit einem bedeutenden expressionistischen Dichter, wie Johannes R. Becher, als Minister für Kultur, der für die DDR ein Glücksfall gewesen ist. Aber, heute würde ich sagen, nach der Niederschlagung des ungarischen Aufstandes, würde ich meinen, trotz allem war die DDR von Moskau aus gesehen, nie etwas anderes als eine Kronkolonie, ein Aufmarschgelände für die Rote Armee. Und dem wurde alles untergeordnet. Hans Mayer, Sie sind Aussenseiter geblieben. Aussenseiter heisst auch Ihr womöglich bedeutendes Buch. Wieso diese persönliche Wahl? Einerseits gibt es das Aussenseitertum als ein Bürger jüdischer Herkunft, das ist gegeben. Aber irgendwo haben Sie auch die Wahl getroffen. Sie sagen, ich bin immer noch Marxist. Ich auch Aussenseiter zu sein oder gibt es eine Notwendigkeit? Nein, eine Lust Aussenseiter zu sein gibt es schon, aber nicht für die Aussenseiter, die in meinem Buch eine Rolle spielten. Aussenseiter, die mit Lust Aussenseiter sein wollen, die nennt Ernst Bloch in seinem Buch das Prinzip Hoffnung Figuren der Grenzüberschreitung. Sind Sie selber? Ich wollte sagen, sie gehen über die Grenze und da sind sie nun, und sie haben es auch gewollt. Die nenne ich in meinem Buch die intentionellen Aussenseiter. Die Intentionen hatten Außenseiter zu sein. Klassische Figuren sind Don Giovanni, Don Juan und Faust. Ich habe auch Kapitel über die beiden geschrieben, schon bei dem ersten Entwurf meines Buches. Und dann entdeckte ich die Unterschiede, die ich dann in meinem Buch formulierte, das klingt etwas gelehrter, aber man kann es nicht anders ausdrücken, existenzielle Außenseiter und intenzielle Außenseiter. Diejenigen, die Letzteren, die haben Lust, überschreiten eine Grenze. Die existenziellen Außenseiter, die sexuellen Außenseiter, die jüdischen Außenseiter, bestimmte Formen der weiblichen Außenseiter, nicht die Frau als Außenseiterin in unserer Gesellschaft, obwohl dazu auch noch immer noch einiges zu sagen wäre, sondern meine Frauen in meinem Buch, die nenne ich Judith und Dalila, sagen wir mal der Typologie nach, die zu kluge und die zu schöne Frau, die Frau mit der Waffe und der Wemp und in diesem Sinne sind die natürlich auch Außenseiter. Mein Buch, daran habe ich acht Jahre lang gearbeitet, von 1967-68 bis zum Erschein des Buchs 1975. Es entstand ein ganz anderes Buch, als ich geplant hatte. Ich hatte es in der Form nicht geplant. Irgendein Kritiker hat das Dummste geschrieben, was über das Buch zu sagen war. Er behauptet, das sei eine Autobiografie. Nun, also natürlich ist es überhaupt keine Autobiografie. Aber was für ein Außenseiter sind Sie denn? Ein Intentioneller oder ein Existenz? Ich bin in jeder Weise ein existenzieller Außenseiter, selbstverständlich. Aber ich glaube, man muss Folgendes da auch unterscheiden bei den Außenseitern. Ja, wollte man das oder wollte man das nicht? Nehmen wir den Fall der Veranlagung und den Fall der Herkunft. Es gibt einen schönen jüdischen Witz, wo zwei Juden sich miteinander unterscheiden. Das ist die Antwort auf Ihre Frage. Übrigens, ich erzähle dann immer gern jüdische Witze. Zwei Juden unterhalten sich und der eine sagt zum anderen, ich bin stolz darauf, Jude zu sein. Sagt der andere, warum bist du stolz darauf, Jude zu sein? Nur wenn ich nicht stolz bin, bin ich trotzdem noch Jude. Also dann bin ich lieber gleich stolz. Also in diesem Sinne ist das Begriff des Existenziellen gegeben. Aber man hat mich später gefragt, das ist natürlich keine Autobiografie, weil ich in manchen Dingen den Typen entspreche, über die ich in meinem Buch schreibe. Immerhin ist es ein Weltbuch geworden, es ist in neuen Weltsprachen jetzt vorliegend, das heißt, im Herbst kommt eine wahrscheinlich fabelhafte japanische Übersetzung und auch eine polnische Übersetzung in allen großen Weltsprachen ist das Buch erschienen. Aber wenn Sie mich fragen, und ich habe die Leute manchmal auch geärgert, die fragen, was ist denn eigentlich dieses Buch, das du da geschrieben hast? Ich sage, da ist unter anderem auch ein sehr lang geratener Kommentar zu Shakespeare's Komödie der Kaufmann von Venedig. Das heißt, die Portia ist da, die zur kluge und auch sehr furchtbare zornige Frau, die Freundin des Bassanio, da ist der sexuelle Außenseiter Antonio, der Kaufmann von Venedig, der bürgerliche mit den schönen Adelsbuben, der sein Leben regiert, riskiert, damit der hübsche Bassanio die Portia heiraten kann, und da ist der Skylock. Das hat mich alles zusammen zu diesem Buch geführt und das ist wahrscheinlich doch das wichtigste Buch, das ich in acht Jahren schreiben konnte. Aber ich habe nie gewusst, dass es diese Bedeutung haben würde. Hans selbst erzogen darin, mit lauter Grenzüberschreitungen, das sind diese Emigrationen, das ist, man könnte fast sagen, ein va-et-vient hat sich daraus ergeben. Wenn Sie mit 90 vor Ihrer Zukunft stehen, wie nehmen Sie das auf? Ich meine, dass Sie morgen nicht mehr da sein könnten, ist gegeben. Gibt es dazu eine Reflexion oder eine Art dieser Strecke, die Ihnen bleibt, noch zu bewältigen, auch wieder als Außenseiter, der Sie bleiben werden? Nein, von einem bestimmten Augenblick an wandelt sich ja alles. Mit 90 Jahren, aber auch schon mit 80, mit 75 lebt man sehr bewusst. Man lebt jeden Tag mit dem Bewusstsein, es kann morgen zu Ende sein. Das tun jüngere Menschen auch müssten es tun, sie tun es aber nicht. Und das gehört ja zum Leben, dem Elan vital, wie Bergson das nannte, dass sie es nicht tun. Von einem bestimmten Augenblick tut man es. Aber in diesem besonderen Fall, gegen Ende Jahrhunderts, das Jahrtausend, Jahrtausends ist etwas ganz anderes, nicht etwas Persönliches, sondern über 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 persönliches. Ich habe es in einem Aufsatz, den die Süddeutsche Zeitung vor zwei Jahren mal veröffentlicht hat, Leben im Anachronismus genannt. Das heißt, nicht nur mit 90 Jahren hat man unendlich viele Leute überlebt. Man denkt ja immer an Menschen, die für einen präsent sind, die nicht mehr da sind. Der ist noch weg, der ist weg. Mein Freund, einer meiner ältesten Freunde, der Dichter Stefan Hermlin, den habe ich nun auch noch im April dieses Jahres überleben müssen. Und man hat eine ganze Gesellschaftsordnung überlebt. Ich bin der Meinung, dass das, was für uns seit dem frühen 18. Jahrhundert der Begriff bürgerliche Gesellschaft war, dass der zu Ende ist, dass der mit all der Aufklärung, mit all den Menschenrechten, mit all der Verbindung von Staat, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, das, was Max Weber in seinem Werk Wirtschaft und Gesellschaft in klassischer Form für die bürgerliche Gesellschaft auch soziologisch erläutert hatte, das ist zu Ende. Kaum etwas von diesen Grundlagen, auch den Verhaltensformen der Menschen untereinander, ist so, wie wir es erlebt haben. Nun bin ich keineswegs ein sentimentaler Mensch, der sagt, die gute alte Zeit, nach einem Leben, wie ich es gelebt habe, sehr bewegt, sehr erfolgreich, sehr schraudhaft, manchmal kann ich von der guten alten Zeiten nicht sprechen, wenn ich überlege, denke, dass ein großes, zivilisiertes Volk wie die Deutschen diesen wirklichen neurotischen Außenseiter aus Oberösterreich als ein Geschenk der Vorsehung betrachtet haben, mit dem sie sterben wollten. Das ist zu Ende. Das sehe ich in aller Bewusstheit. Aber das ist natürlich ein Rückblick eines Erarten Mannes. Hans Mayer, ganz herzlichen Dank für diese sehr persönliche Geschichtsstunde. Untertitelung